Hallo ihr lieben Bärchenfreunde. Ich habe jetzt mal was vor und zwar dieses Virus, was momentan allen so zusetzt, wo wir alle unsere mehr oder weniger starken Malessen mithaben, egal in welcher Hinsicht, in welcher Ausprägung, dass auch stattfindet bei jedem anders. Das ist schlimm. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, wo das schlecht ist. Es ist nicht nur für uns Menschen schlecht, sondern auch für Tiere zum Beispiel. Wer uns kennt, also wir haben Bären als Logo, ist ein Tier. Und wer uns kennt von den Messen zum Beispiel, der weiß, dass wir auch immer einen Hund dabei haben, die Lisa. Jetzt gibt es sogar noch einen zweiten Hund, den Mika. Diese beiden Hunde, die kommen beide aus unserem lokalen Tierheim. Diese Tierheime, das wissen die wenigsten Leute, sind darauf angewiesen normalerweise, dass Leute ehrenamtlich aus Spaß an der Freude vorbeikommen und die Hundegassi führen, damit die nicht immer in ihren Zwingern sein müssen. Oder sie sind darauf angewiesen, dass Leute vorbeikommen mit Spenden. Da kommen wirklich täglich Leute mit Futterspenden. Und aufgrund der Kontaktbeschränkungen, die wir momentan haben, kann das gar nicht stattfinden. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Man will sich das gar nicht vorstellen, was die armen Hunde jetzt gerade durchmachen. Man will sich auch gar nicht vorstellen, was die Pfleger, die da für zuständig sind, jetzt gerade an Mehrarbeit einfach haben, die sie eigentlich gar nicht leisten können. So, und aus diesem Grunde habe ich jetzt überlegt, ich möchte diesem Tierheim gerne etwas spenden. Und damit möglichst viel zusammenkommt, habe ich gedacht, wir haben so ein schönes Motiv. Ja, das ist unser Bär und auf dem Bär reitet ein Hund. Und das passt doch. Und ja, ich habe gedacht, ihr könnt ja vielleicht, wenn ihr Lust habt, so ein T-Shirt kaufen. Und der Erlös, also wir machen T-Shirts mit diesem Motiv und ein schwarzes und ein weißes. So, und der Erlös soll dann komplett an dieses Tierheim gehen. Und damit auch was zusammenkommt, habe ich mir gedacht, der Mindestpreis könnte vielleicht 20 Euro sein. Und was man mehr zahlen möchte, das kann man dann gerne tun. Das ist alles der guten Sache dann zuträglich. Und ja, das ist die Sache. Eine gute Aktion für ein Tierheim. Und wer so ein Shirt haben möchte, der kann bitte an die bekannte E-Mail-Adresse schreiben. Die ist entweder jetzt gleich unten eingeblendet oder ich schreibe sie unten irgendwo hin. Also findet ihr auch auf unserer Homepage. Also kauft euch ein schönes Shirt, schwarz oder weiß, Größe angeben beim Bestellen. Und dann machen wir alles klar und wir machen etwas Gutes einfach. Alles klar. Danke. Ciao.